Und willkommen zurück zu DayZ. Patrick hat sich gerade schon sozusagen begrüßend geäußert. Kannst du das nochmal machen, Patrick? Nee, geht gerade nicht. Daniel, stopp! Noch einen Schluck Vita-Malz trinken. Weil du widerliche Sau gerülpst hast, ne? Ja, nicht in der Aufnahme. Alter, ey. So. Rennst du da gerade übers Feld? Nein, ich renne nicht übers Feld. Okay, willkommen zurück bei DayZ, 20 Uhr. Das ist also noch ein anderer Spieler. Komm schnell her, bitte. Ohne Witz. Hier geht's sau ab auf dem Airstrip. Ist zwar nur ein Bambi, aber dennoch sollten wir schon aufpassen. Boah. Ja, ich hab hier noch einen Mongo dabei, ne? Der ist mir gerade zugelaufen. Gut, dann warte ich hier immer noch in der Tanne drin einfach. Geh ich jetzt hier ins Haus nochmal rein oder nicht? Nee, komm. Doch, das ist... Boah. Gleich kommst du halt die ganze Folge nicht mehr raus. Na, ich krieg das hin. Ja, der Patrick, der Macht hat. Der schafft das. So, Luzi. Ja? Also, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Luzi und Luzi wartet auf mich, oder? Ja, ich warte schon auf Daniel einfach. Und du bist irgendwo im Osten, ja? Ja, von, von... Der Weg nach Svet... Also, nee, ich glaub... Von Svet zum Airstrip ist doch so ein Landweg. Guck mal, du... Ja. Da, wo wir normalerweise immer lang gehen. Schüsse. Und, äh... Vor der Landebahn links in der Tanne bin ich drin. Okay. Ach, ist das auf dem Berg hoch, die Straße? Ja, genau, genau. Ach, stimmt, der Berg, ja. Wo dieser... Wo dieser Turm ist, genau, ja. Ah, alles klar. Leider keine Munition. Weißt du wo? Ja, ja. Gut, bist du da schon in der Nähe? Ich höre gerade Hartschüsse. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die uns gelten. Könnte Mosin sein. Weil das Ding ist, Daniel hat meine Muni. Und ohne Muni bin ich ja ganz aufgeschmissen. Ich hab, ich hab deine Muni. Du hast, weißt du... Hast du auch eine SKS? Nee, aber wenn ich bei dir bin, ist das vielleicht, wenn ich gütig bin mit dir, deine Munition. Geil. Um mal die Verhältnisse zu klären. Ja, sorry, tut mir leid. Ich dachte, wir teilen alles, weißt du. Na klar, ich bringe deine Muni. Ich versuche jetzt mal zusammen aus dem Haus zu gehen. Danke. Kann es sich nur noch um Stunden handeln, bis du hier bist. Danke. Das ist ja wohl selbstverständlich, Bro. Oh, oh, Bro, Bro. So, ich hab jetzt so ein Orange Raincoat an. Na gut, dann kann man dich ja gut erkennen. Ich hab übrigens ein blaues Shirt an. Ein blaues Shirt. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Hier ist so ein Zaun und so ein Stein. Zaun und Stein. So ein Holzzaun quasi, der führt den Weg entlang. Ja, der Holzzaun ist da. Das ist wahr. Komm mal zum Holzzaun, bitte. Dann werde ich dich sehen. Aber der ist groß. Ja, lauf den Holzzaun mal hoch einfach. Nee, der ist nicht lang. Doch, der ist... Ah, da bist du. Stopp, wo? Blauer Rucksack. Rechts. Und dir? Jetzt mal den Berg hoch einfach. Ah, okay, dann bist es du. Ah, super geil. Leute, da sind zwei. Da ist einer hinter dir, Luzi. Bitte was? Wo? Bist du in der Tanne gerade? Nein. Oder bist du gebackt? Oder leckt das... Ich hab einen blauen Rucksack. Was hast du für einen Oberteil an? So eine schwarze Jacke, Lederjacke oder was auch immer das ist. Oh, das ist gerade gebackt. Ja. Genau, erstmal schön zurückgebackt. Ah, das bist du da oben, Daniel? Im Busch, Tanne? Ja, blauer Rucksack. Und wo waren da bitte zwei? Nee, dann warst du das gerade. Komm mal zu uns hoch, bitte. Alles klar, ich bin da. Ich komme jetzt mittig aus dem Norden. Yo, Bros, alles klar? Wie man keine Map mehr braucht mittlerweile, ne? Das ist, ähm, ich weiß gar nicht. Magst du dich noch kurz vorstellen? Das ist hier LP Lucas 08? Ganz still. Bitte was? Nenn mich einfach Luzi? Ich bin Daniel übrigens. Ja, sehr nett. Angenehm. Ja, dann sage ich mal, vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall mit dem Stummschelten. Ach, nächste Session machen wir das mal. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier so ein bisschen am Airstrip entlang und treffen auf Patrick dann, oder? Wir sind immer zu dritt unterwegs. Das machen wir auf jeden Fall so, ja. Aber gib mir erstmal die Muni. Brauchst du noch Essen, sag mal? Ich komme dem Weg, ich komme dem Weg. Einer, braucht einer noch Essen? Wo seid ihr? Wir sind am östlichen Ende des Airstrips. Ist ein Turm auf dem Berg. Weißt du? What? Ja, diese Radarschlüssel. Dieser Sendeturm. Zwischen Olscher und Airstrip. Ah, da hinten seid ihr noch. Genau, und da führt ein Feldweg runter zum Airstrip. Ja. Und an dem sind wir sozusagen. Dann lauf ich jetzt mal hier über die Wiese. Warte, dann ist mit den Hunden los wieder. Das heißt, du läufst gerade Richtung Osten, oder? Dann würden wir dir ein bisschen entgegenkommen. Ne, ich laufe gerade Richtung... Ich komme aus dem Norden und laufe jetzt erstmal Richtung Landebahn. Aber oben auf der Wiese, auf dem Hügel. Daniel, wie heißt unser Freund nochmal? Weiß ich nicht. Ich sehe jetzt das östliche Ende. Ja. Und laufe jetzt auf das kleine Gebäude zu. Okay, ich schalte mal ein bisschen Ausschau. Kleines Gebäude. Ähm, hat der kein Mikro oder was? Du hast doch mit ihm geredet vorhin. Ich bin jetzt auf der nördlichen Straße Richtung Osten. Mikrofon muted. Bewege mal deinen Kopf, wenn du kein Mikro hast. Ich glaube, ich stehe wieder bergab. Mikrofon aktiviert. Fuck it, okay. Ähm, da, dieser Feldweg, der von Turm zum Airstrip führt. Da gibt's... Ähm, stopp, ich glaube, ich sehe dich da hinten. Ja, laufe mal hoch. Da. Nice one. Wir sind hier zu dritt. Ne, ist schon leider gar nichts. Vielleicht musst du dein Mikrofon laut aufstellen oder so. Mikrofon aktiviert. Das Tash-Geräusch schnappt immer. Mikrofon activated. Kann man das ausstellen irgendwie? Ja, bestimmt. Ja. Egal, Tom. Mit, ähm, herzlich willkommen in der Aufnahme quasi. Du bist ja voll am Start. Sag mal Hallo zu YouTube. Ja? Die Motivation ist wieder riesengroß, ich merke schon. By the way, ihr seht hier an meinem entzückenden Rücken... Ja? Eine entzückende Waffe. Ah, hallo YouTube. Ja, schöne Grüße an Tom. Apropos. Ach so, zeig mal. Ah, da ist die AKM, okay. Ja. Eigentlich nichts Besonderes, da ist jetzt ein SKS-Schuss geladen. Bräuchte eigentlich ein Magazin. Ich weiß nicht welches. Vielleicht finden wir irgendeins, das randommäßig passt. Oh geil, bleib mal so sitzen, Alter. Geil. Aber ich kann auch grad nicht anders. Oh, er sieht jetzt so geil aus, Alter, mal. Oh. Daniel, du wolltest noch jemanden grüßen, fällt mir grad auf. Voll der Content, den wir hier liefern. Oh ja, dann können wir jetzt mal wieder Content liefern und jemanden grüßen. Ja. Nämlich Alexandra, die echt rumgejammert hat. Äh, wann grüßt ihr mich so? Die sich fast schon als Kränkung empfand, nicht die Erste zu sein, die wir grüßen. Du meinst Lazy Lexi? Ach die, ja genau. Die Lazy Lexi meinst du? Lazy Lexi, ja, grüß dich. Willkommen in der Mongo Crew. Ähm, High Five Schwester. High Five Schwester. Oh mein Gott. Ich versinke im Stuhl. Ich versinke im Stuhl. Ah, High Five Schwester. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Ich hab ne Pistil. In der Mongo Crew. Ähm, hast du, äh, Mosi, Mosi Muni irgendwer? Ne. Dank dir, Alter. Ähm, Patrick, du hast keine Waffe, ne? Also keine Muni. Ja, einen Schuss hab ich. Okay, warte mal, dann dropp ich dir mal die Pistil. Nimmst du mal die 40 Schuss hier mit? Hier habt ihr Fleisch, könnt ihr mal herzeigen. Ist richtig geil. Und hier seht, kann man das braten oder kann man das so essen? Das muss man bestimmt braten. Hier, Daniel, hier, pass mal auf, kannst du das und das nehmen? Ich seh schon die ganzen veganen Fans von uns am sich sozusagen. Habt ihr da Eskais oder das ist ne Mosin? Das ist ein Eskais, ne? Was bitte? Den Burlap-Sack hab ich dir geschmissen. Oh, Burlap-Sack, wunderbar. Ich hab natürlich jetzt keinen Seil. So, gehen wir jetzt aufs Airstrip jetzt. Ja, let's go. Und Sticks sind da irgendwie, ne? Okay, Tom bereit. Wir würden jetzt, äh... Mikrofon mutiert. Hast du hier noch 40 Schuss irgendwo hingelegt, hast du gesagt? Ja, hier irgendwo. Ich seh nur das Fleisch. Fuck. Da, 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 wo ich steh. Stopp, bisschen zurück. Genau. Mongos. Hier ist noch ein Sticky. Da passt aber auch immer nur einer rein, ne? Da passt immer nur einer rein, aber ist ne gute Waffe im Prinzip. Wenn du triffst halt. Ist wie mit der Sporter, weißt du noch, Daniel? Ja, weißt du noch, wie ich, wie ich, wie, also das war ja offscreen, hab ich mit der Sporter aus dem östlichen Gefängnis rausgeschossen. Ewig weit weg war hier, äh, Coco und wer war das noch? Genki und Coco hab ich getroffen. Mit der Sporter, Alter, Alter. Okay. Kommt ihr jetzt mal vielleicht? Ja, wir können, wir können, wir können, wir können. Seht ihr mich? So, Tom. Noch mal. Showtime. Scheiße. Mikrofon aktiviert. Sein Auftritt jetzt. Ne, wo bist du denn hin überhaupt? Hier. Ach, da vorne. Jetzt müsstet ihr mich sehen. Okay, go. So, ich hab die Waffe im Anschlag. Aber kann das sein, dass man mit der Waffe so überschnell rennt? Äh, ja, das ist anders, ne? Guck mal, wie schnell ich renne. Ja. Guck dir das mal an. Das haben sie wahrscheinlich geändert, dass du mit der Waffe genauso schnell bist. Ne, etwas schneller sogar. Das kommt mir so vor. Noch schneller? Als wär's ein bisschen schneller. Doch, guck mal. Wie der stürmt. Oder er macht einfach nur kürzere Schritte. Kein Plan, aber er ist auf jeden Fall schneller, was ich realistischer finde und, äh, ich muss gestehen, ist geil. Das sieht gut aus, ja. Das hat mich immer gestört, ja, das sieht gut aus, in der Tat. Okay, wir gehen mal vor, einfach rein. Alter, Leroy Jenkins. Ja. Leroy geportet. Wir rennen da jetzt einfach. War da ein Schuss? Ne. Hat Tom Muni? Ne. Ich hab ja auch nur ein Schuss. Was hat denn der für eine Waffe? Ich kann das gar nicht erkennen. Der hat eine Mosin. Okay, alles klar. Ich hatte noch nie eine Mosin, ne, in dem Spiel. Schon irgendwie, bitte? Ja, nach 100 Stunden. Ja, ne? Noch nie eine Mosin gehabt. Ist da oben an einem Fenster drin? Ne. Da unten, da oben, äh, da oben, äh, in dem Gebäude sind auf jeden Fall ganz viele massakrierte Leute. Okay, unten ist clear, der Raum. Das war meiner, den hab ich gemordet. Achso. Was ist das denn hier? Der ist schon weg, hä? Flat, Camouflage, Gorka, Military Pan. Alles klar. Ich bin heute bereit, einfach voll reinzustürmen. Warte mal, Patrick, komm. Wir waren heute im Backraum. Dürfen wir, dürfen wir reingucken, ne? Kann mal jemand reingehen, bitte? Ich geh rein. Okay, wir gehen rein, komm. Ich komm direkt hinterher. Da ist, oh, Alter. Oh, leck. Ist die immer noch da, ey. Er macht sie platt. Tom macht sie platt. Super macht er das. Backraum ist clear. Super, dann gehen wir mal hoch. Ach, das war gar kein Server Restart, ne? Das heißt, hier müsste alles weg sein, theoretisch. Okay, alles klar. Das schafft. Alter Schweder. Alter Pfarrer. Zum Tower? Hm? Hm? Ja, auf jeden Fall. Weiter? Let's go. Drei, zwei, eins. Go, go, go. Er ist noch, er ist noch in dem... Achso. Ich leute ich denn schon raus. Ne, hier ist nix. Hier habe ich ja vorhin alles gelootet gehabt. Ich dachte, das wäre ein Item in der Ecke. Wo ist ein Zombie im Kopf? Okay. Zelle? War in der Zelle was überhaupt? Ah, das Klo ist wieder da. Fix mal Screenshot machen. Und weiter geht's. Guck mal, ich habe Hosen an. Die sind neu. Ja, 22er, 22er, 22er. Wir brauchen keine 22er. Glaub. Let's go. Lol, Alter. What the fuck? Boah, ich habe mich erschrocken, ey. Boah. Zurückgesetzt. Schon wieder zurückgesetzt, ja. Hier muss es langsam gehen. Hm. Ich bin schon im Tower drin jetzt. Okay. Das habe ich auch gehört irgendwie. Das ist hier bei mir Facebook. Ach, Facebook war das. Ah. Das ist so laut. Das ist übers Handy. Ah, okay. Ich habe einen Snap-Lawler gefunden. Da sind zwei Schuss für die Mosin drin. Lege ich dir gleich hin. Boah, geil. Patrick macht es. Go, 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 go. Clear. Hinlegen, hinlegen, hinlegen. Fenster, Achtung. Hinlegen, hinlegen. Hinlegen. Patrick hinlegen. Einfach nur bewegen. Ja. Wieso sterbe ich immer als erstes? Ja. Mama. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier auch eine kleine Pause. Ehrlich? Ja, können wir machen. Können wir machen. Wo oben rum? Nur scheiße eigentlich. Oben ohne rum. Ha. Ha. Witz, komm mal. Dann lass uns mal ein Ziefer gehen und dann kannst du mir die zwei Schuster mal hinlegen. Und dann machen wir eine Aufnahmepause, oder? Genau, ja. Damit führst du schauen wie immer um 20 Uhr und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss.